Ein Moor kann auf verschiedene Arten und Weisen entstehen. Ein Beispiel ist die Entstehung von Nieder- und Hochmooren durch die Verlandung. Am Ende der letzten Eiszeit vor 11.700 Jahren hinterließen schmelzende Gletscher abflusslose Hohlformen, die sich mit Wasser füllten. Es entstanden Seen. Am Rand dieser Seen bildeten sich Gürtel mit nässeliebender Vegetation, die an der Oberfläche ins Innere des Sees hineinwuchs. Ist der See oberflächlich mit Vegetation bedeckt, aber unter der dünnen Pflanzendecke noch Wasser gefüllt, entsteht ein Schwingrasen. In einem solchen Schwingrasen können Menschen, wenn sie die Pflanzenblecke durchbrechen, versinken. Schließlich füllt die abgestorbene Vegetation den ganzen See, denn sie wird nur sehr langsam abgebaut. Ein Niedermoor ist entstanden. Wenn die Niederschläge hoch genug sind, kann über der vom Seewasser oder Grundwasserwasser gefüllten Zone ein Moor aufwachsen, das sich ausschließlich aus dem Regenwasser speist und einen eigenen Regenwasser-Grundwasserkörper bildet. Solche Moore wölben sich urglasförmig und werden Hochmoor genannt. Der Grund dafür, dass in wassergesättigten Milieu Moore entstehen, liegt darin, dass Wasser Sauerstoff sehr langsam leitet und unter Sauerstoffabschluss organische Substanz nur sehr langsam abgebaut wird. Auf diese Art und Weise speichern die intakten Moore der Welt gegenwärtig große Mengen Kohlendioxid. Werden Moore entwässert, wird dieser über 11.700 Jahre seit der letzten Eiszeit angesammelte Kohlenstoff und der Sauerstoffzufuhr sehr schnell wieder freigesetzt. Gegenwärtig werden Moore an vielen Orten entwässert, zum Beispiel in den Tropen, zur Produktion von Palmöl, aber auch in Mitteleuropa. Die meisten Moore, auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sind zur land- und forstwirtschaftlichen Nutzung entwässert. Weltweit setzen die entwässerten Moore der Welt gegenwärtig rund 2 Billionen Kilogramm CO2 frei. Das sind 5% der weltweiten Treibhausgasfreisetzungen, die bei der Wiedervernässung der Moore eingespart werden könnten. PREPARED UNTERTITKEN 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 Untertitelung des ZDF, 2020